Total Recall, die totale Erinnerung Ist er wirklich nur ein Bauarbeiter oder doch viel mehr? Für Quaid beginnt die Suche nach seiner wahren Identität. Das Spiel mit der Erinnerung Basierend auf der Kurzgeschichte von Philip K. Dick enthält Total Recall die totale Erinnerung eine clevere und interessante Prämisse, die viel Platz zum Philosophieren bietet. Was passiert, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob die eigenen Erinnerungen real erlebt wurden oder doch nur aus einem Traum stammen? Hat die Fehlfunktion alte Erinnerungen wachgerufen oder hat die gebuchte Erinnerung einfach nur begonnen? Mit diesen Möglichkeiten spielt der Film und streut immer wieder Zweifel beim Zuschauer. Dies beginnt bereits vor dem vermeintlichen Unfall, in dem die Leute, mit denen Schwarzeneggers Figur Quaid interagiert, durch ihre geringfügige Miebig bereits Platz zur Doppeldeutung bieten. Spätestens jedoch, wenn ein Mitarbeiter von Recall mit Quaids Frau Lori plötzlich auftaucht, um ihren Mann davon zu überzeugen, dass er in einem Traum gefangen ist, wackelt der Glauben an die Wahrhaftigkeit der Geschehnisse. Neben dieser Prämisse entwickelt sich die restliche Handlung zu einem typischen Actionfilm. Schon vor dem Beginn der eigentlichen Handlung erfährt der Zuschauer, dass es auf dem Mars Unruhen gibt. Diese eskalieren immer mehr zu einem Krieg zwischen Cohagen, gespielt von Ronnie Cox, dem Verwalter des Mars, und einer Gruppe von Rebellen. Natürlich tut sich Schwarzeneggers Charakter mit den Rebellen zusammen, um den Mars zu befreien und erhöht massiv den Bodycount. Doch entgegen seiner meisten Filme spielt Schwarzenegger mal nicht den Übermenschen, sondern eher einen verwirrten und verletzlichen Charakter. Schwarzenegger in einer komplexeren Rolle. Über diese Aussage lässt sich vermutlich steiten, denn in typischer Manier jagt Schwarzenegger wieder vieles in die Luft und erschießt Menschen. Doch auch wenn er sich kämpferisch nicht anders verhält als in den meisten Filmen zuvor und danach, sieht der Zuschauer in Total Recall Schwarzenegger definitiv in einer sehr komplexeren Rolle. Innerhalb seiner Möglichkeiten verleiht er Hauptcharakter Quaid ein sympathisches Gesicht, in dem er eben nicht nur finster dreinblickt. Auch deswegen zählt Total Recall in Schwarzeneggers Filmografie zu den beliebtesten Titeln, da dieser mehr zu bieten hat, als ein 0815 Actionfilm zu sein. Die Findung der Wahrheit ist spannend gehalten und steigert sich im gleichen Maß mit der Action. Logiklöcher verzeiht man Total Recall gerne, denn letzten Endes sind diese irrelevant für die Handlung, die noch heute bestens zu unterhalten weiß. Trashig und dennoch gut gealtert. Regisseur Paul Verhoeven erschuf nach Robocop erneut eine dystopische Zukunftsvision und hatte hierfür ein Budget von rund 60 Millionen Dollar zur Verfügung, wodurch der Film eins zu den teuersten Filmen zählte. Für heutige Maßstäbe erscheint die Summe wie ein Witz, vor allem da einige Effekte nach 30 Jahren sehr veraltet und teils trashig aussehen. Und dennoch meinte es die Zeit gut mit Total Recall, der seinerzeit einer der komplexesten und visuell interessantesten Science-Fiction-Filme war. Und noch heute kann sich der Film zu den beliebtesten Titeln seines Genres zählen. 2012 bekam er sogar ein Remake spendiert. Verhovens großem Aufwand ist es zu verdanken, dass die meisten Effekte immer noch die gewünschte Wirkung erzielen. Das Setting, insbesondere auf dem Maß, sowie die Mehrheit der praktischen Effekte, stellen sich immer noch als charmant und visuell ansprechend dar. Besonders die Liebe für Details und Effekte, die in Verhovens Arbeit steckt, ist dem Film bis heute noch anzusehen. Ausdrücklich, die vielen Mutanten kompletieren das Gesamtbild eines guten Science-Faction-Films. Ob die Stripperin mit besonderen Vorzügen oder Coato, der Anführer der Rebellen, die Geschöpfe Verhovens bleiben in Erinnerung und sind meistens das Merkmal, welches aufgezählt wird, wenn man über die Welt von Total Recall spricht. Restaurierung in 4K und Neuveröffentlichung im Steelbook. Total Recall wurde nun erstmals in 4K restauriert und wird vom Studio-Kanal als Steelbook mit coolem Artwork herausgebracht. Sowohl die 4K-UHD als auch die normale Blu-Ray werden als Sonderedition erscheinen und beinhalten ein paar neue Features als Bonusmaterial. Unter anderem das Feature Dreamers Within the Dream, in dem die Entstehung von Total Recall nochmal beleuchtet wird. Und Total Access, welches ca. eine Stunde läuft und exklusiv auf den Steelbook-Editionen zu finden ist. Dieses Feature beschäftigt sich mit der Produktionsfirma Caracol Pictures, das neben Total Recall auch die Rambo-Filme Terminator 2 oder Showgirls produzierte und Mitte der 90er pleite ging. Darüber hinaus wurde viel am Bild des Films gefeilt und bei der 4K-Version gelang ein durchaus gelungener Transfer des 30 Jahre alten Filmes. Das Bild ist versehen mit einer größtenteils hervorstechenden Schärfe und angenehmer Körnung. Die Kontrastierung sowie die Farbgebung sind ebenfalls gelungen und das Bild wirkt nun insgesamt natürlicher als zuvor. Der Ton untermalt nach wie vor die Geschehnisse in einem optimalen Dialog- und Knalleffektverhältnis, wodurch ein ständiges Ändern der Lautstärke nicht vonnöten ist. Unser Fazit zu Total Recall, die totale Erinnerung. Total Recall hält seinen Status als ultrahaltsamer Science-Fiction-Film, der dank seiner Prämisse mehr als der übliche Schwarzenegger Actionfilm ist. Regisseur Paul Verhovens erschaffene Welt geizt zwar nicht mit viel brutaler Gewalt, glänzt aber insbesondere durch die spannende Handlung und die mit großem Aufwand gestalteten Kulissen und Effekte. Dazu erlebt der Zuschauer in Total Recall einen innerhalb seiner Möglichkeiten sehr gut mimenden Arnold Schwarzenegger, der hier zeigte, dass er mehr kann als nur finster drein zu blicken. Die Restaurierung der 4K-Version ist visuell aufgrund einer deutlich besseren Kontrastierung sowie der natürlich wirkenderen Farbgebung sehr gelungen. Der Ton klingt im Vergleich zu der alten Version unverändert, was kein Makel darstellt, da dieser zuvor schon überzeugend war. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020